Morgen auf dem Weg nach Florenz. Wir sitzen schon seit einer dreiviertel Stunde im Sattel von Prato nach Florenz. Und dann schauen wir uns ein bisschen Florenz an und werden uns dann wohl in die Berge schlagen. Wo wir hinfahren, wissen wir noch nicht so genau, weil wir einfach nicht abschätzen können, wie es von den Höhenmetern und so weiter ist. Was auf jeden Fall immer gut ist, wenn man Radl fährt, da schläft man wie ein Stein. Also haben wir eine ruhige, tiefentspannte Nacht hinter uns. Und so können wir erholt dann heute weiterfahren.